Musik Wenn alles neu ist, ist es oft schwer, sich im Schulgebäude zurechtzufinden, die vielen neuen Gegenstände auseinanderzuhalten und neue Freundinnen und Freunde zu finden. Und so weiter. Wir sind Helferinnen und Helfer in dieser Zeit. Wir zeigen euch unsere Schule. Wir sind für euch da. Unsere Gruppe ist eingeteilt in Spielebier. Wir spielen mit euch Gruppenspiele, Rätspiele, Kartenspiele oder mit dem Gummiband. Lese Piers. Wir unterstützen dich bei Piersen. Und Lernpiers. Wir helfen dir, Gelerntes zu verstehen. Aber besonders wichtig sind in der Pausebetreuung. Betreuerpiers sind für euch da. In dieser Zeit könnt ihr euch vertrauen von Anders Orten. Hallo, ich heiße Alexander Hubecker und wohne in Endlast in der Gemeinde Ottenschlag. Bei uns gibt es manchmal Quizzes am PC. Sie machen Spaß und man lernt viel. Wir haben auch eine Lernplattform, wo wir, wo alle Sachen der Schule da sind. Und man nachschauen kann, wenn du zum Beispiel die Rosenbogen vergessen hast, kannst du ganz einfach da nachschauen. Hallo, du liefst deine Holidays? Hallo, ja, ich habe es. Was hast du gemacht? Ich bin auf Holidays. Wo hast du gehen? Ich bin in Italien. When did you get there? I went in August. See you next year! Okay, du kriegst nämlich nur eine weitere Aufgabe. Ich erzähle dir was nach. Ich werde dem Simon für die Aufgabe geben. Du hast zuerst gesagt zwischen C und C. Jetzt nimmst du... Da kommt diese Lini. Und die geht aber von Sören jetzt hin. Dann muss ich sagen, wo sie hinzahlen. Hallo, ich bin der Krisi aus Kirschlo. Mathe ist keiner zu blöd, wie man zu verenden hat, weil wenn man es versteht, ist es ganz leicht. Und die anderen haben das Geodrechte auf der Seite A und schieben so lang, bis wir zum Eckpunkt A kommen. Und das Programm GeoGeber hilft uns, dass man Mathe leichter versteht. Punkt B. 1969 schickten die Amerikaner eine Rakete ins Weltall zum Mond. Die Burgenländer wollten auch die Rakete zum Mond schießen, haben sich eine organisiert und geschossen. Aber sie flog nicht. Daraufhin ließen sie sich einen Astronauten kommen, der sie anschaute und sagte, Zündschnur brauchen wir nicht. Treibstoff brauchen wir auch nicht. Und dann brachten sie die Rakete in Position und starteten sie. Und dann brachten sie die Rakete. Koffer ist der Schuchat. Als ich sie so machen kann, das sei schütletig. Es wird mit der Schuch ist der Schuchat. Und dann brachten sie das Schuchat. Und dann brachten sie das. Hallo, ich bin die Susi und ich komme aus Gernbrunn. Wir lernen nicht nur das Tastaturenschreiben, sondern auch die wichtigsten Programme. Hallo, ich bin der Jonas, ich komme aus Amschlag und wir lernen in EDV das Zehnfingern-System. So, das ist eine Praxis wäreperformance. Hier allerdings nur die Schwallkommen. Da gibt es einen Zufahnenbeamung. Ja. Sonst ist der All정her zu Zucker gekommen? Was war jetzt für das Gelüste? Ja, klar. Debut-Untra. Debut-Untra? Der war süß. Endlich. Der war süß, der war süß, der war süß. Was? Aua! Was soll ich tun? Den halten wir nicht. Das wird wirklich nicht. Ich muss die Sonne nehmen. Nein, danke. Nein, danke. Die eigenen Löffeln? Ja, die eigenen Löffeln. Einige Tropfen vom Duft. Und dann verrührst du das gut. Kokosöl dazu. Und eine Paste. Schau, du siehst. Ende. Und dann schmierst du das da so rein. Ja? Dann kannst du die ganze Form befüllen. Die Kreativgruppe von der Frau Vogel hat die Zutaten umgezogen. Mit den Zutaten Ananas Salbeck, Strohne Melisse, Pfeffermehl, Zwingelknöme und Eberraut auch genannt, Cola Kraut. Die Zutaten sind an der Hand gepflückt und stärken lassen wir uns nicht mehr. Das ist schön. Hallo, ich bin Sarah aus Ottenschlag und ich suche ein Buch über Hunde, denn ich liebe Hunde. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin zuerst und ich habe das vorsprich. Ich habe die Zutaten. Ich habe die Zutaten. Ich habe die Zutaten. Ich habe die Zutaten. Auf der Fuß geh振ern. Ich habe die Zutaten. 1, 2, 1, 0 1, 2, 1 1, 2, 1 Einfach mehr verbraucht. Du setzt mich auf! Du weißt es gar nicht mehr! Du kannst nicht mehr gut aufsetzen! Warum fotografierst du mich? Ich filme dich! Weil wir die Nachtsexplitterungssituation filmen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang hat euch gefallen. Zwar könnt ihr uns abgrund von Corona gerade nicht besuchen, aber danach könnt ihr euch gerne einen Termin mit euren Eltern ausmachen. Und wir sehen uns sicher im nächsten Jahr wieder. Au revoir, goodbye und bis bald! Wir sehen uns beim nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal! Das ist mein Leben, ich lebe es gerade Nur schade, dass manchmal in mir kein Gefühl aufsteigt Dass ich werd und beschwert, dass das alles hier nicht so ist Wie es mir vorgestellt hatte in meinen Träumen Und trotz allen Dingen bin ich hier Bin ich hier Ich bin hier und wir sind hier Das, was wir sind, wird nie zu wenig sein So lange wir verstehen und beginnen Die Dinge zu sehen, das, was wir sind, wird nie zu wenig sein So lange wir verstehen und beginnen Die Dinge zu sehen Das ist mein Leben, ein Weg und ein Gefühl Das ist mein Leben, das ist alles, was ich will Nur ganz still kann es sein, dass in mir ein Gefühl aufsteigt Dass ich werd und beschwert, dass das alles hier nicht so ist Wie ich es mir vorgestellt hatte in meinen Träumen und trotz allen Dingen Das ist mein Leben, das, was wir sind, wird nie zu wenig sein Solange wir verstehen und beginnen Die Dinge zu sehen, das, was wir sind, wird nie zu wenig sein Egal wie es scheint, denn wir wissen, was wir wollen Und beginnen, die Dinge zu sehen Das ist mein Leben, das ist alles, was wir sind, das ist alles, was wir acht Was ich kann, was ich kann Das, was wir sind, wird nie zu wenig sein Solange wir verstehen und beginnen Für Dinge zu sehen, das, was wir sind Wird nie zu wenig sein, egal wie es scheint Denn wir wissen, was wir wollen und beginnen Für Dinge zu sehen Das ist mein Leben, das ist alles, was ich bin